Sieht aber auch eher schwierig aus. Sieht aber immer noch eher schwierig aus, deshalb... Lass mich mal kurz gucken, ob das jetzt... Irgendwann mal wieder was wird. Lass mich dann mal gucken, ob das irgendwann mal wieder was wird. Das fühlt sich nämlich nicht so an. Und ich bin nicht so begeistert, wenn man da ehrlich ist. Ich bin nicht allzu begeistert davon. Deswegen... Ne. Ja. Ganze Sache geht mir tierisch auf den Keks. Geht mir tierisch auf den Keks, dass es mal funktioniert und mal nicht. Weil ich weiß, dass ich scheiße spiele, das braucht mir hier niemand zu sagen. Weil ich weiß, dass ich gerade scheiße spiele, aber... Ich kann auch mit Mams Neifchen nicht so wirklich umgehen. Mams Neif nervt eigentlich. Deswegen... Ich geb dem Ganzen noch Zeit. Ist ja schon gut. Ich geb dem Ganzen Zeit. Lockdown. Äh... Ja. Jetzt seid sogar tatsächlich mal an Sucherstellen explodiert. Sprengung! Oh, hell. Ha! Nicht unbedingt das, was ich brauche. Wenn ich da mal ehrlich bin. Au. Hi, Chubbidi-Chub-Chub. Chubberino. Chubberich. Und du hast mehr Damage für mich. Fantastisch. Kannst mich einfach weiter... Kannst mich einfach fucking weiter. So, weil für euch... Scheint das... Wahrscheinlich nicht das größte Ding zu sein. Aber für mich... Heißt es, dass ich meine ganzen... Planungen umstelle. Und jetzt wieder was vom Freitag spielen muss. Das auch immer. Dass ich jetzt mir merken muss, dass ich irgendwas vom Freitag auf Mittwoch vorgezogen hab. Weil ich morgen einfach keine Zeit hab, um das jetzt nachzuholen. Die ganze Sache geht mir tierisch auf den Nerven. Die ganze Sache geht mir tierisch auf den Nerven. So, das ist alles nicht cool. Bringt mich nie weiter. Nein. Weiter. 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 Let's is more. Let's gleich more. Easy. Easy. Stirb. Stirb, stirb, stirb. So, warum seid ihr, äh... Die Typen auf Speed? Um fair zu sein. Warum seid ihr die Typen auf Speed? Ah, ich kann da drüber. Geil. Geil, geil, geil. Los. Geil, 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 geil. So. Geht. Perfekt. Danke. Danke. Oh. Oh. Das war uncool. Das war uncool. Und wir sind immer noch nicht in den Bereichen, wo ich meine Bitrate haben will. Wir sind immer noch nicht in den Bereichen, wo ich meine Bitrate gerne hätte. Also von daher... Bitrate, warum hast du mich verlassen? Was habe ich dir jemals getan? Was habe ich dir jemals getan? Geht weg. Geht. Allesamt... Allesamt... Autsch. Weg. Oh. Und da haben wir Schwachsinn. Ja, und es schwankt halt bis runter zu 50 Kilobit pro Sekunde. Deswegen... Deswegen... Äh. Versteht meinen Unmut. Das ist einfach Schwachsinn. Es ist einfach kompletter Schwachsinn. Wenn meine Pläne komplett durcheinander wirft und am Ende darauf hinausläuft, dass ich wieder drei Stunden mehr arbeite. Dass ich drei Stunden mehr arbeite. Speed up. Ich muss zugeben, das war Powerplay. Powerplay! Überzeugst mich nicht wirklich. Überzeugst mich nicht gerade wirklich. Okay. Ich gebe... dem Internet... Bismarck. Ich gebe dem Internet Bismarck. Sollte... bis dahin... weiterhin... die Scheiße so hart am Dampfen sein, wie sie jetzt am Dampfen ist... Äh... Sehe ich mich gezwungen zu sagen, ja, wir vertagen das auf Freitagabend. Und, äh... Und, äh... Ja... Einerster Linie... Sorry... Will ich behaupten... Aber... Ich kann relativ wenig dafür, dass... das Internet... sich entschließt... zu sagen... zu sagen, ja, fick dich... Äh... Ich spiel da nicht mehr mit... Denn... Ich hab so ziemlich... alles... mögliche dafür getan. Pheromone... Pheromone... Monstrosi... Monstro 2... Legen Sie ein Ei! Geh weg, Loki! Geh weg, Loki! Geh weg, Loki, Mann! Danke! Ja, wir übertragen halt nur die Hälfte von dem, was ich brauche. Wir übertragen halt nur die Hälfte. Und laut App ist es ja auch so, dass... 6000... Bytes... pro Sekunde... nur dazu beitragen, dass das... Bild nicht mega blurry und verpixelt aussieht. Sprich... Soll dafür sorgen, dass das Bild nicht wie Arsch aussieht. Will nicht zwei Stunden übertragen, wenn das Bild wie Arsch aussieht. Sorry, aber nein. Sorry, aber, äh... Ah... Das ist nicht so dick wie mein Stil. Los! Los, Automat! Los, Automat! Denn... Jetzt wird es zwar wie Arsch aussehen. Ja, das ist einfach nur, damit ich im Auge behalten kann, was die, äh... Upload-Zahlen, denn wir am Ende des Tages tatsächlich machen. Ah... Das ist eigentlich nur, damit ich am Ende des Tages gucken kann, was die Upload-Zahlen machen. Oh... Oh... Geil! Mysterious Paper hat uns Polaroid-Effekte gegeben. Mysterious Paper hat uns Polaroid gegeben. Ich bin, äh... Begeistert davon. Begeistert! Könnte man so meinen. Jetzt nicht so geneigter Zuschauer. Könnte man das durchaus meinen. Okay, geldtechnisch stehen wir nicht mehr so kacke da. Geldtechnisch stehen wir gar nicht mal so kacke da. So... weg. Oh... 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 Gerade war es das Necronomicon. Das ist ein wirklich gutes Papier. Oh, wirklich gut. Okay, speed down. Tears up. Da haben wir einen Bagger. Okay, wir haben... Wir haben 11 Minuten auf der Uhr. Und pro Minute... Verlieren wir 1600 Frames. Würde ich mal behaupten. So ungefähr. So... Pipapo. So... Super Greed. Was geht ab? Super Greed, oh man. Was geht'n? Nichts geht'n? Ah... Das ist schade. Das ist aber Schätheft, mein Freund. Könnte speed downen. Oh... 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 Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie soll ich denn damit rechnen, dass ich direkt Lilith kriege? Mit Lilith ist der ganze Tag nämlich ziemlich nervtöd. So, fick dich. Das Polaroid dürfte ich nicht verlieren können. Selbst wenn, ist es mir egal. Oh. Wenn ich halt nicht vorher schon sterbe. Wenn ich halt nicht vorher schon sterbe. Äh. Jetzt. Au. So, lass mich da reingehen. Au. Au. Okay. Ah, okay. Ja, dreimal dürfte raten, was ich nicht gefangen hab. Dreimal dürfte das raten. Au. Geh weg. Das ist eine XL-Ebene, mein Freund. Das ist eine XXXL-Ebene. Okay, pay to win. Dann werde ich halt bezahlen, um zu gewinnen. ist mir an dem Punkt auch recht. Okay, und was haben wir hier? Geil. Spin. Break down. Was haben wir hier? Schwachsinn. Okay. Schwachsinn allererster Güte. Und ein Fünfer. Aber keine Bombe. So. Geh. Geh weg. Geh weg. Geh. Einfach alle weg. Ah. Internet. Warum hast du mich so sehr? Warum hast du mich so sehr, Internet? Ah, Boards of Steel. Das ist fantastisch. Mein, wenn jemals was fantastisch war, dann war das die Eier, waren das aus Stahl. Weswegen. Lass mich euch mal kurz, äh, ignorieren, denke ich. Zumindest die, äh, Typen, die jetzt ziemlich lange hinter mir herrennen. Würde ich mal so behaupten. Ah. Ah. ein minimal nutzloser Raum. Ein minimal nutzloser Raum. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich's auch nicht. Genau. Also ich könnte für die Theorie auch einfach da durchgehen. Nur um hier genau den gleichen Scheißraum noch nerviger zu finden. Are you fucking serious? Spiel. Are you fucking serious? Oh. Mehr Tears. Mehr Tears heißt, mehr Tears heißt, mehr Tears. Und ein reusable Flyhive. Das heißt, mehr, äh, fliegen. Und mehr fliegen heißt, mehr fliegen heißt, mehr fliegen. Oder mehr Raketen. Äh, die Wissenschaftler sind sich da noch nicht so ganz sicher. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Okay. Jetzt neues Versprechen. Ich mach die beiden Bosse. Guck mir an, was dieser fucking Devil hier zu bieten hat. Und wenn bis dann die Übertragungsrate nicht konstant nicht bei bullshittigen 2000 hängt, werde ich mich dazu breitschagen lassen, noch einen weiteren Rahn im Anschluss zu machen. Ansonsten, werde ich jetzt gleich den Spaß meines Lebens im Dego Herr der Ringe haben. was ein überraschend gutes Spiel ist. Aber, äh, manche werden doch sehr nervt. Aber ich darf das Bonus-Level spielen. Aber ich darf das Bonus-Level spielen, also. Das macht so einiges Wett. Aber ich muss auch über die Overworld laufen. Ha, ha, alles hat Post und Kontras. Alles hat Post und Kontras. Post Nummer 2. Geil. Mal am Ziel. Ja, das überzeugt mich jetzt nicht. Du hast mich nicht überzeugt, Devil Deal. Streng dich bitte beim nächsten Mal mehr an. Wenn sie so kommen, Senior Devil Deal. Da muss ich sagen, es tut mir leid, aber sie haben verkackt. Es tut mir leid, aber sie haben verkackt. Okay, gut. der Strohhalm. Der Strohhalm. Nein. Kein Strohhalm für uns. Kein Strohhalm für uns. Mehr Schlüssel heißt mehr Schlüssel heißt mehr Schlüssel. So, dann. Habe ich irgendwo meinen verkackten D-Dift? Ja. Habe ich. Habe ich. Ja, dann, würde ich mal sagen, bis morgen oder so. Dann würde ich mal sagen, bis morgen oder so. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Ja, da. Ha. Sollte wohl nicht sein. Sollte wohl nicht sein. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen oder auch nicht zu sehen. Haut rein. Bis dann.